Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Möchten Sie eine wirklich gute Autoversicherung kennenlernen? Legen Sie Wert auf eine seriöse Beratung? Wo kommen Sie nicht nur günstige Prämien, sondern auch noch ausgezeichnete Leistungen rüber? Die Antwort auf all diese Fragen heisst GOP Televersicherung. Die Versicherung von GOP, wo Sie bessere und günstigere Autoversicherungen am Telefon bekommen. Ohne grosse Umstände können Sie alles am Telefon erledigen. Unsere kompetenten Beraterinnen und Berater geben Ihnen sofort Auskunft über die günstigen Prämien der Autoversicherung, die nach Ihrem individuellen Risiko berechnet werden, und informieren Sie ausführlich über unsere Leistungen im Baukastensystem, wie Haftpflicht, Gasco, Rechtsschutz, Pannenhilfe oder Insassenunfall. Schon am nächsten Tag haben Sie normalerweise übersichtliche Offerten mit klaren und vorteilhaften Vertragsbestimmungen wie ein Einjahresvertrag und Prämienrückzahlung bei vorzeitiger Vertragsauflösung. Zu den weiteren Leistungen gehören der Schadenservice in der ganzen Schweiz und im Ausland, ein dichtes Netz von Experten und der 24-Stunden-Notfallservice. Wenn Sie auch von diesen Vorteilen profitieren möchten, dann rufen Sie jetzt an auf die Nummer 0848 880 880. Ich wiederhole, 0848 880 880. Ich bin sicher, es wird sich auch für Sie lohnen. Nicht anrufen müssen, wenn Sie das neue LC1-Joghurt von Nestle Hirt suchen. Das finden Sie nämlich ganz einfach in unseren Molkereiabteilungen. Die Natur hat Schutzsysteme erfunden. Das des Menschen ist durch heutige Lebensweisen oft geschwächt. Um es zu stärken, hat Nestle Hirtz LC1 entwickelt. LC1 mit dem einzigartigen Milchferment, das unsere natürlichen Abwehrkräfte verstärkt und so herrlich schmeckt wie ein Joghurt. Gratis-Infotelefon 155 20 70. LC1 von Nestle Hirtz. Mit nochmal einer Neuheit aus der Molkerei geht es jetzt gerade weiter. Es gibt solche, die fahren auf lange Modelle ab. Und solche, bei denen muss einfach mehr drin liegen. Und solche, die wollen immer eine extra Portion. Und ein paar Zentimeter mehr haben sie noch immer gebracht. Jetzt bei Coop. Der neue 1,5 Liter UHT Milchtrink. Mit wiederverschliessbarem Recap. Von Tetra Pak. Lussardi, eine Coop-Exklusiv-Marke, garantiert für Frühsteigwaren für höchste Ansprüche. Neben den verschiedenen anderen Spezialitäten gibt es von Lussardi besonders feine Ravioli mit ganz speziellen Füllungen. Mit einer würzigen Basilikum-Parmesan-Füllung. Mit einer kräftigen Steinpilz-Füllung. Oder mit einer feinen Fleischfüllung, die langsam im Rotwein geköcherlt hat. Das Neuesten von Lussardi sind aber die Gnocchi mit Basilikum. Sie können sie mit ein bisschen Anken in der Bratpfanne goldbraun bröteln. Oder nach einem Rezept von Armin Amrain zubereiten und zu einem kleinen kulinarischen Erlebnis werden lassen. Grüezi miteinander. Die Gnocchi selber kann auch ich eigentlich nicht mehr besser machen. Dafür schlage ich Ihnen ein Rind gehacktes Strogenhoff vor. Das gehackte Rindfleisch im Öl anbraten, mit Salz und Pfeffer aus der Mühle würzen. Dann rausnehmen und auf die Seite stellen. Im Bratensatz gehackte Schalotte und Knoblauch glasig schwitzen. Senf und ein wenig Paprikapulver dazugeben. Mit Bratensauce ablöschen und damit den Bratensatz lösen. Das gehackte wieder in die Soße geben, ein wenig köcheln lassen. Dann den Rand dazugeben und die Samung einkochen lassen. Als Einlage sortierte Champignonscheiben, Streifen von Essigurken und fein geschnittene Blattpetersilie beinfügen. Das Rind gehackte Strogenhoff auf vorgewärmte Teller verteilen und die goldgelbbrotene Gnocchi auf dem Strogenhoff anordnen. Mit farbigen Peperoni-Streifen, Sauram und Basilikum garnieren. Das Rezept finden Sie ab sofort auf der Teletext-Seite 555 und auf dem Internet. Viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal. Armin Amrain vom Restaurant Le Club auf dem Burgerstock mit Rindshackfleisch Stroganoff und Gnocchi von Lussardi. Ein günstiges Rezept, das ganz sicher auch Ihnen gefallen wird. Kein Problem werden Sie auch mit unseren Aktionen haben. Eine ganze Reihe von Schokolade, Biscuits und Snacks sind jetzt nämlich günstiger. 20 Arni-Branchen, Milch, Nuss, Dunkel oder Weiss kosten nur 3,95 Euro. 100 Gramm Rippli geräucht gibt es für 1,95 Euro. Und ein Kilo Goldstar Rahmspinat à la minute für nur 3,50 Euro. Fox Citron kommen Sie über 3,42 Euro für nur 5,80 Euro. Ausserdem offerieren wir Ihnen Videokassette E180HS im Duo für 14 Franken und E240HS für 18 Franken. Und dann noch der Preisabschlag. Für die Büchse Brekkis mit Rind, Geflügel oder Lamm zahlen Sie ab sofort nur an Franken. Und preisbewusst wie immer gibt man sich im Coop-Restaurant mit einem ungarischen Goulash, Spätzli und Kräuterkohlräber für nur 9,80 Euro. Das wäre es schon wieder gewesen für heute. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuschauen und wünsche allen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen! Ich danke Ihnen!